hi leute willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen aufnahme heute bin ich wieder auf howall.net ich glaube ich ein bisschen gefallen wir werden jetzt wieder ein paar youtuber abchecken so wie ich würde mal sagen den lieben korono weil der ist mir eingefallen ja natürlich kommt nur korona von ganz nein weil wir müssen da ist er das ist unser youtube 20 ich weiß nicht wie alt er ist aber ich glaube 20 sein ich glaube er ist ein bisschen jünger haben wir noch ein bild weil das ist ja nur der anime wie es aussieht nicht aber das ist ja auch nicht so schlimm den jero den können wir auch mal unter die luke nehmen das ist unser show auf jeden fall ich habe diese website ist nicht up to date was youtube angeht ja doch da ist er doch 22 ist er glaube ich nicht leute auf jeden fall schreibt mal in den kommentar und mir könnte ja 22 sein oder nicht und schreibt mal in den kommentaren bin ich als nächstes unter die lupe nehmen sollen dann bis zum nächsten video dann tschö leute